Lieber Krischer, Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir die Klimaschutzziele erreichen wollen 2020, dann muss eines klar sein, der Kraftwerkssektor, der Stromerzeugungssektor, der darf dann nur noch maximal 290 Millionen Tonnen CO2 emittieren. Um das zu erreichen, brauchen wir vor allen Dingen drei Dinge. Den Ausbau der erneuerbaren Energien, die Abschaltung von alten Kohlekraftwerken und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung. Ich habe bisher gedacht, in diesem Hause gäbe es einen Konsens, dass wir bis 2020 25 Prozent Kraft-Wärme-Kopplunganteil an der Stromerzeugung anstreben. Das jedenfalls habe ich in den Debatten immer so wahrgenommen. Jetzt schaue ich in das Papier des BMWi und finde dort etwas, was mich an die Taschenspielertricks von Herrn Dobrindt erinnert. Da ist das 25-Prozent-Ziel zwar immer noch da, aber es bezieht sich nicht mehr auf die gesamte Stromerzeugung, sondern nur noch auf die thermische Stromerzeugung. Und wir landen netto bei 17 Prozent Anteil Kraft-Wärme-Kopplung. Und das heißt nichts anderes. Wir schreiben den Status quo fest. Und man muss hier einfach feststellen, wenn dieses Papier so kommen soll, haben wir die Situation, dass der Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung nicht mehr stattfindet. Und damit schlägt die Bundesregierung eine weitere Säule der Energiewende weg. Meine Damen und Herren, hier war bisher ein Konsens. Ich hoffe, dass das nicht durch dieses Parlament geht, dass wir hier andere Akzente setzen und die Kraft-Wärme-Kopplung weiter ausbauen. So, meine Damen und Herren, und dann muss man über Kohlekraftwerke reden. Keine Frage. Wenn wir das Klimaschutzziel erreichen wollen, müssen alte Kohlekraftwerke aus dem Markt. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und ich sage, das ist nicht nur eine Frage des Klimaschutzes, weil mir kann es keiner erklären, warum in Deutschland hochmoderne Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, hochmoderne Gaskraftwerke stillstehen. Die Betreiber sogar überlegen, die Anlagen zu demontieren und gleichzeitig Kohlekraftwerke boomen. Da muss die Politik handeln. Da kommen wir nicht drum rum. Das ist sonnenklar, meine Damen und Herren. Und ich sage jetzt, da, meine Damen und Herren, hat Sigmar Gabriel einen Vorschlag gemacht. So, und man wird ja bescheiden hier in Zeiten der Großen Koalition. Wenn es überhaupt schon mal einen Vorschlag gibt, der über Eckpunkte, Papiere und allgemeine Bekundungen hinausgeht, dann ist das ja schon mal etwas Positives. Das ist gut, und da kann man an der Stelle auch mal ein lobendes Wort an den Bundeswirtschaftsminister sagen. Ich sage aber, und er freut sich, dass er das noch erleben darf, ich sage aber, Herr Gabriel, wenn man sich den Vorschlag dann genau anguckt, dann wird man feststellen, der hat bestenfalls homeopathische Wirkung. Damit werden wir es nicht erreichen, in relevantem Umfang Kohlekraftwerke abzuschalten. So, und jetzt könnte ich mich ja freuen, wir führen jetzt eine Instrumentendebatte. Wir Grüne schlagen was vor, die Umweltverbände schlagen was vor, andere schlagen was vor. Genau das findet aber nicht wieder statt. Wir erleben wieder das energiepolitische Verhinderungsdreieck, Fuchs, Pfeiffer, Bares, die stellen jedes Instrument in Frage. Die wollen überhaupt nichts. Sie lehnen am Ende überhaupt die Frage ab, dass man etwas im Bereich der Kohlekraftwerke machen muss. Und ich sage Ihnen, wenn Sie an der Stelle ehrlich wären, dann hätten Sie dann im Dezember dem Klimaaktionsprogramm der Bundesregierung nicht zustimmen dürfen. Und Sie müssten heute hier ehrlich sagen, wenn das, was ich in Interviews und Statements in den letzten Tagen gehört habe, wenn das ehrlich gemeint ist, dann müssten Sie sagen, wir treten das Klimaschutzziel in die Tonne. Das wiederum trauen Sie sich aber nicht, sondern Sie versuchen nur, tatsächliche Maßnahmen zu verhindern. Und meine Damen und Herren, man muss bei dem Thema auch etwas über Energiekonzerne sagen. Da höre ich ein RWE, das plötzlich den Untergang von 70.000 Arbeitsplätzen in der Braunkohleindustrie herbeirädet. Meine Damen und Herren, RWE hat nicht mal mehr 10.000 Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen. Und wie kann ein Konzern dann so unverantwortlich sein und hier ein Bild malen, als ginge ein Industriestandort unter. Das, meine Damen und Herren, ist absurd. Dass, wenn Arbeitsplätze bei RWE gefährdet sind, dann hat das eine Ursache, nämlich dass jahrelang die Zukunft verschlafen worden ist, dass das Geld verzockt worden ist, dass man die Zukunftsperspektive nicht ergriffen hat und dass man die Zukunftschancen verpasst hat. Meine Damen und Herren, und das hat nichts mit der Abschaltung alter Kohlekraftwerke zu tun. Und da bin ich ehrlich gesagt entsetzt. Da lesen wir von einem Armin Laschet aus Nordrhein-Westfalen, der schreibt jetzt Briefe. Der Mann, Großpopulist der NRW-CDU mit hochflexiblen Grundsätzen, der wird jetzt zum neuen Braunkohle-Ayatollah und sagt, NRW geht unter. NRW geht unter, wenn da nicht gehandelt wird, wenn das kommt, wenn da alte Kohlekraftwerke abgeschaltet werden. Und liebe Sozialdemokraten, bevor Sie an der Stelle lachen, ich sage ganz ehrlich, das, was ich von Hannelore Kraft zu dem Thema gehört habe, das steht in der Sache nichts demnach. Das ist vielleicht in der Wortwahl nicht ganz neutral, aber ich finde es unverantwortlich. Und wir sind in Nordrhein-Westfalen eigentlich weiter. Zwei Koalitionsverträge, etliche Regierungsentscheidungen. Dass klar ist, wir brauchen den Strukturwandel in der Braunkohle. Der wird kommen, meine Damen und Herren. Und je früher man sich darauf einstellt, desto besser ist es, desto besser kann man die Folgen bewältigen. Und das ist die Herausforderung. Ich warne davor. Herr Kollege. Ich warne davor, letzter Satz, Frau Präsidentin. Ich warne noch mal, den Fehler zu machen, den wir beim Steinkohlebergbau gemacht haben, dass wir an überkommenen Strukturen festhalten und es am Ende deutlich teurer wird und wir mit Milliarden etwas subventionieren, was keine Zukunft hat. Machen Sie diesen Fehler nicht mehr. Sorgen Sie endlich mit dafür, dass die Kraftwerke aus Adenauers Zeiten aus dem Markt verschwinden und dass wir ein zukunftsfähiges Energiesystem in Deutschland bekommen. Dankeschön. Vielen Dank, Kollege Krischer.